Die Lage zwischen Mois und Farid Bang eskaliert nun vollständig. Drohungen werden ausgesprochen und außerdem wird nun der Banger zum Kampf herausgefordert. Dieses Statement ist ein Schocker. Verpasse keine News mehr und abonnier den Kanal hier, so wie auf Instagram Rap Check. Nachdem auch Farid Bang plötzlich zum Thema wird, ist der Beef nicht mehr zu stoppen. In der neuesten Instagram Story behauptet der Düsseldorfer, dass Mois ihn damals gefragt hat, ob er mit seiner Frau Anis schlafen könnte. Das ist der angebliche Grund, warum sie streiten. Wahrscheinlich albert Farid Bang einfach nur rum und versucht es ins Lächerliche zu ziehen. Nur wenige Minuten später kippt die Stimmung vollständig. Denn Mois geht live und redet knapp 30 Minuten über Farid Bang, Banger Musik und was hinter den Kulissen passiert ist. Noch im selben Stream fordert er ihn zum Kampf heraus. Außerdem würde er alles ungeschnitten streamen, damit jeder sieht, wie Farid kassiert. Übrigens weitere Infos zu diesem Beef gibt es in der exklusiven WhatsApp Gruppe. Link findet ihr auf meinem Instagram oder in der Bio. Hier habt ihr nun das Statement von Mois. Hört es euch bis zum Schluss an. Ich habe so sehr daran geglaubt, dass ihr an mich glaubt. Ich schwöre auf alles, Digga. Und ihr glaubt an mich. Wisst ihr, wie ich meine? Meine eigene Frau glaubt nicht an mich. Mein eigener Vater und meine Mutter glauben nicht an mich. Meine eigenen Brüder glauben nicht an mich. Aber ihr glaubt an mich und ihr seid fremd. Ich liebe euch. Wirklich. Und ich werde für euch mein Herz geben. Meine Seele geben. Und alles, was es gibt, geben. Damit ihr seht, was sie sind. Damit ihr seht, wie sie sind. Damit ihr seht, was ich durchmachen musste. Ich liebe euch. Und ohne euch wäre ich gewesen. Ich schwöre bei Gott. Tschüss, eure Herzen. Es ist schon durchgehalten. Wir haben schon gewonnen. Wir haben über 2000 Songs. Über 150.000 Sounds, wo ich zu meiner Ex-Fan sage. Farid hat angebissen. Kollegah hat angebissen. Sandiego hat angebissen. Nimo hat angebissen. Shirin David hat angebissen. Jetzt, sie haben alle ihren Zug gemacht. Aber ich nicht. Und von mir wurden nur 9 Millionen Abonnenten gelöscht, oder? Warum? Warum postet Farid erst über mich, nachdem er meine Accounts löschen lässt? Ich liebe dich, Timo. Timo. Du bist ein Mann. Wegen euch werde ich meine Kontrolle verlieren. Ich schwöre bei Gott. Ich liebe euch, Mann, Alter. Wenigstens gibt es euch. Ich schwöre, hätte ich euch nicht. Guckt mal. Der Typ, obwohl ich 100 Mal ihn verlinkt habe, als ich noch Instagram hatte, weil er weiß, seine Abonnenten sind gekauft, seine Storyviews sind gekauft, alles ist gekauft. Aber ich werde jeden Tag gelöscht. Und ich mache trotzdem 10 Millionen Klicks am Tag, weil er Angst davor hatte. Vincent, ich liebe dich, Mann. Weil sie alle Angst davor hatten. Sie lassen sogar meine zweiten kleinen Accounts löschen, weil sie sogar vor den kleinen Accounts Angst haben. Und dann erst heute postet er mit so einem Khir. So klein ist sein Khir. Verstehst du, Buddha? Ich schwöre, ich habe Angst nur vor mir. Vor mir selber. Ich bin raus aus Deutschland, damit ich niemanden so... Vor mir hat keiner Angst, okay? Aber ich habe vor mir Angst, okay? Ich habe vor mir Angst, Bro. Sorry. Jeder Einzelne, der mich jetzt unterstützt. Ich schwöre es, wir werden Geschichte schreiben. Ich schwöre es, jeden, der auf dieser Seite von denen ist, wird unten sein. Ich schwöre euch, sie hätten mich nicht hier lassen dürfen. Sie hätten mich bei meinen Reaction-Staten lassen sollen und mir kein Gesicht geben. Verstehst du? Aber ihr habt mich als Gegner akzeptiert. Okay? 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 Und größer als die gibt es niemanden. Die Lüge ist sehr süß im ersten Geschmack und bitter im Nachgeschmack. Die Wahrheit ist sehr bitter am Anfang und sehr süß im Nachgeschmack. Bro. Wir haben schon alles hochgenommen. Der härteste Rapper Deutschlands, der immerhin deine Mutter sagt, der härteste Rapper in Deutschland hat erst Sack gegen mich was zu sagen, nachdem er all meine Accounts sperren lässt. Das sind sie. Und wir können das alles easy klären. Sparring. Farid, komm zum Sparring. Oder ich komme. Wohin du willst, Farid? Ohne Geld und live. Ungeschnitten. Bei Gott. Okay? Ich bin auf jeder Drip, was man nehmen kann. Deswegen ohne Tests. Aber komm in den Ring, Farid. Bitte. Komm in den Ring, Farid. Komm so in den Ring. Bro, Bro. Komm. Sparring. Du bist MMA, Bro. Farid. Du bist der härteste. Komm. Drip mich weg. So. Drip mich weg, Bruder. Du bist doch hart. Hör auf, Promo zu machen für eure Distracks. Es geht nicht um Distracks. Es geht um das. Komm. Komm. Farid, komm. Komm. Marokkanische. Komm, Farid. Wir haben halbe Million hier voll. Machen wir eins voll. Ich bleib ruhig, okay? Ihr habt recht. Ihr habt recht. Ich muss mich kontrollieren. Ich muss mich kontrollieren. Farid, hast du Sounds, wo du deine Ex... Du sagst, die 150.000 Sounds-Minuten und Hör an, an jeden unserer Feinde, obwohl wir keine haben und sie nicht verstehen, dass wir alle eins sind, nicht gönnen und neidisch sind, nicht verstehen, dass ich meine Kinder verloren habe und meine Frau und erst vor einem Monat herausgefunden habe, dass die so ist, wie sie ist. Und da drauf wollen alle Rapper jetzt Promo machen, da drauf wollen jetzt alle Promo machen auf meine Kinder, ein Farid, ein Kollege, ein Sunny. Wie kann man so sein? Und ihr denkt, und ihr denkt, ich lasse das einfach so, es geht nicht um Reichweite. Leute, ich nehme alles, was ihr habt, weil ihr habt alles genommen, was ich habe. Und du bist Freund von Sunny, Farid. Ihr habt jeden Abend telefoniert. Nur deswegen. Frag jeden Tschetschener, den du kennst, was ich gerade sage. Lern Tschetschenisch, damit du weißt, was ich zu dir sage. Okay, chillest du, ein bisschen Angst bekommen, hier. Wir haben fast eine Mio voll, Digga. Wenn ihr immer gut seid, wenn ihr ehrlich seid, egal was die Welt sagt, Menschen sehen das, Bro. Ich sage euch ehrlich, ihr werdet sehen, was am Ende wird. Ihr werdet sehen, was am Ende wird. Ich hatte sogar Dreck am Stecken, Leute. Ich hatte Dreck am Stecken. Welchen Dreck habt ihr am Stecken? Und ich habe mich als erstes kreuzigen lassen. Oder? Ich habe mir alles nehmen lassen, oder? Ich habe mich verarschen lassen, ein Jahr lang, oder? Ich habe Bobby Van Damme über mich lachen lassen, oder? Ich habe Farid in seinem Song vor zwei Jahren, meine Sachen sind nicht gestellt, wie Mois seine Videos sagen lassen, oder? Ich habe nichts vergessen, Farid. Ich habe nichts vergessen, Farid. Als ich dich in Düsseldorf gesehen habe, in einem Café, und du aussahst, wie Haydink. Hast du da Eier mit mir zu reden, Farid? Oder hattest du mir Hand gegeben und gesagt, das ist nur Industrie, nimm das nicht so böse. Harid. Farid. Farid, ich werde deinen Namen enden auf Janeta. Farid. Andalek. Hast du einen? Der Ball. geil geil junge so ist geil ihr sagt alle für muss hat sich verändert mein bruder alle sagen muss hat sich verändert und so zeus ist das erstens und meist der originale war genauso zeus ist in der originalsten form mit der wahrheit tik tok sportlich tik tok sportlich tik tok sportlich so noch wo ich kraft noch an das noch das ist ja der stoff jüdisch zantia tierisch auf jeden account fahrrad auf jeden account fahrrad asra el asra el fahrrad fahrrad asra el ich kann der größte lügner sein der größte frauen irgendwas der größte über jahuis aber fahrrad ich nehme ich mit kohle und zahne er hat mich geweckt jungs ihr habt mich gedeckt ihr denkt menschen sehen das nicht dass anis und ihr alle zusammen alles von mir löschen lässt und selber abonente wollt ihr denkt leute sehen das nicht natürlich sehen sie das braucht ihr habt euch weg gedrippt mit diesem druck hier er hätte trennen sollen dann wird er durchgekommen weißt du ich bin wahrscheinlich besessen ja aber nicht von neid nicht von neid ich bin besessen von meiner freiheit ich kann tun was ich will ich bin frei du hast mich nur weil ich frei bin ich bin obdachlos weil ich ohne t-shirt chiller und diese welt liebe ich bin obdachlos weil jede stadt mein zu hause ist und ich noch nie die welt gesehen habe und er stürzt euch genau da drauf ja ich kann so lächerlich sein wie ich will aber hier sind gleich 1,5 million likes und 8000 zuschauer auf meinem account der zum hundzuschauer auf meinem account der zum hund bin warum habt ihr angst von mir verstehst du sonst hättet ihr doch keine angst hättet ihr angst von mir wenn ich lüge ich habe noch nie im gefängnis gesessen ich war in bayern und sind die diego hat es geschafft weil die in bayern sehr krass ist und sie dich und in bayern darfst du in knast ohne dass sie ein nur für verdacht die haben mich wegen verdacht mitgenommen wegen instagram kommentaren und das ging nur in bayern dann haben sie jeder zeitung geschrieben damit sie verbreiten dass ich so und so und wirklich schuldig war verstehst du aber klappt nicht die wahrheit siegt immer okay wir sind hier nicht auf strich fahrrad so verstehst du so nämlich so nämlich ich wurde nur betrogen und das war meine ehrlichste reaktion und wenn ich dafür alle meine abonnenten verloren habe ist es gut so wisst ihr warum weil das meine vergangenheit war ich habe damit abgeschlossen ich verbrenne diese vergangenheit sie sollen jeden account weg drücken aber meine leute denken an mich und sie finden mich egal wo ich bin verstehst du ich brauche keine abonnenten ich werde bis zum ende meiner zeit reden und er werde diesen mund nie wieder stoppen nicht für ein euro nicht für ein abonnent nicht für eine frau und nicht mal für meine kinder und meine familie niemals fabio ich liebe dich man niemals niemals es mag peinlich sein es mag ist das ich werde lieber mit der wahrheit sterben und nachdem ich bin werdet ihr vielleicht erfahren dass ich recht hatte ist mir egal wie kann man so eine ehren community sein bro wie kann man so viel ehre haben wie wir in so einer ehrenlosen welt wie geht das ja crystal ist sie wie geht das wer schickt ein zeus für zeus das verlegendär jeder zent der jetzt rein kam buddha wird reinvestiert in den lustigsten besten content wir werden deutsche rapper auf strich rippen täglicher top schon 22 digger ich bettel mit herz mit herz wenn das krieg ist wenn es krieg ist wenn es krieg ist darfst du in islam sogar schweinefleisch essen wenn du nicht überlebst das ist krieg das ist krieg wir haben ja jeden account genommen paypal genommen meine karten genommen meine pässe genommen damit ich nichts sagen kann damit ich nichts verdienen kann aber ich verdiene trotzdem und ihr wollt mich auslachen dass ich bettler bin verdienen mal wie ich fahrt 17.000 an einem tag ohne nichts ohne accounts fahrrad rede mal du mit salasado so wie ich mit ihm rede fahrrad rede mal mit rücken so wie ich egal in welcher stadt ich bin rede mal so wie ich rede mit rücken rede mal fahrrad erzählt mir nicht wer männer sind du weißt nicht mal wer dein vater ist du hast keinen respekt und keine erziehung er hat meinen hut nicht geklaut er hat ihn angezogen weil ich denen gezeigt habe wie geil hüte sind und jetzt sitzt er da wie ein stadt um damit klicks zu machen ich habe gewonnen ich bin doch an niemand und obdachlos oder und du bist der größte weißt du was das leben ist ein kreis es dreht sich bist du heute hier oben und jemand unten bis zu ihnen es dreht sich erst oben warte fahrrad warte fahrrad ich brauche kein text ich brauche keine promotion ich brauche kein spotify ich brauche nichts ich brauche mich ok und ich bin azrael fahrrad hast du die andere und ich rede jeden tag so als wäre es mein letzter tag als würde ich morgen weil es mir egal ist weil wenn ich bin wissen leute wie recht ich hatte dann bin ich erst recht legende dann geht mein plan erst recht auf und wenn es nicht bin geht mein plan auch auf so einen wie mich kannst du nicht rippen bro ich bin eine nummer zu groß sogar ein böse mann war für dich eine nummer fast zu groß warte denkst du böse mann ist ausgestorben nein fahrrad warte jeden wenn ihr kein gesicht gegeben habe werde ich gesicht geben egal wie oft ihr mich löscht weil dieses mal werdet ihr kinder nicht mit diesem vollstopfen wir werden sehen lachluli lachluli ich danke dir wollte danach was ihr wollt aber jetzt nein sparring nur mit fahrrad nur mit fahrrad ich bin zu fame sorry ich habe 13.000 zuschauer auf den siebten kanal fahrrad hätte jetzt nur 13.000 zuschauer weil er meinen hut trägt nicht weil er jemand ist egal wie oft ich bettel fahrrad hat es gegeben für die industrie und du denkst du hast aus zufall bei taft mit 16 hat also das ist krass wir sind krass und wir sind die krassesten egal wie oft man uns löscht sind wir die krassesten natürlich ist er bei denen denkst du bist einfach so mit 16 in taft bro warum schreibst du die ganze zeit in harten zeiten fett komödie wenn es einem gut geht und brüder da waren sind sie keine brüder aber in harten zeiten wenn du hier dein gesicht mehr gibst bro obwohl mich alle hassen das sind brüder du bist king mein bruder ich danke dir und jeder der zu mir steht in dieser zeit bei gott ich werde euch nicht vergessen wenn ich ihr den platz einnehme ich liebe euch und egal was ihr denkt ob ihr denkt dass ihr fag ist dass alles was ich hier mache ist so echt wie es sein kann jeden tag wenn ich spaziere gucke ich ob mich jemand wenn das nicht recht ist spuckt ins gesicht aber ich werde mein leben geben für diese mission mein ganzes leben weil sie mein leben nehmen wollten ich gebe selber okay ich liebe euch man wie kann man so süß sein wie ihr wie kann man so geil sein wie ihr dicker also selbst wenn ich wäre reicht so einer der für eure härtesten rapper und das werdet ihr sehen an die rap check community jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich was momentan in der rap welt passiert um nichts zu verpassen könnt ihr meinen kanal abonnieren und die benachrichtigung aktivieren was denkt über das statement von moise und glaubt ihr dass es zu einem kampf kommen wird mit farid bang ich freue mich schon wenn ihr nächstes mal wieder dabei seid mein name ist memo und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal